Das Buch heißt Ich bin Marie und wurde von Schari und Andreditz geschrieben. Das Buch wurde vom Verlag Arztedition herausgebracht. Marie erzählt euch jetzt etwas dazu. Hey, ich bin Marie, ein ganz normales Mädchen. Naja, fast ganz normales Mädchen. Ich habe nämlich das Andienmann-Syndrom. Deswegen kann ich gar nicht sprechen. Dafür lautiere ich sehr gut. Wenn ich etwas möchte, zeige ich drauf und mache laut Aaaaaah. Naja, alles ist fast ganz normal. Ich kann laufen, ich brauche aber einen Rollstuhl. Ich liebe meinen Schnuller, den ich Nu nenne. Und trage eine Ville, den ich Nu nenne. Rufy ist ein toller Bruder und übersetzt mal gerne, wenn andere mich nicht verstehen. Uri ist der kreativste Kopf von uns. Sie kann super gut basteln und Biebs ist die Hunde-Expertin. Hast du Lust zu erfahren, welche alltäglichen Abenteuer wir in unserer Familie erleben? Dann liest du mein Buch. Unser Lieblings-Titat aus dem Buch ist Ich sehe so aus wie ihr, aber ganz so wie die meisten von euch bin ich nicht. Ihr seid auch nicht wie die meisten. Gut so, denn was ist schon normal? Ein Buchträler von Selmedina, Seyshan, Melek, Elvin, Seydina, Sumeya und Glamour. Musik Musik